Der Tag der Linie 2016 Der Polizei, Oberpolizei, Volk Runde Nummer 17, Halt vom Kommissar Blatt, 17 Prägt das Gewalt an der Fuhrung Ab und durch, ein Das können wir uns jetzt also eigentlich genau anschauen Gleich wird noch mal die Zuckabinung kommen Nachstadt Platz im Herat, Max Coelho Rotterdam, der grünen Rufer und für ihn jetzt auch die Zuckabinung Hallo, Sie haben die Gatte, jetzt wollen wir alles durch Ja, jetzt wird schon die Gatte Los, wir spielen, jetzt wollen wir alles durch Wir haben die erste Beine gemärts von всей Verhandlung Die Gatte der Klammer Haute Wenn wir heute Abend bitten, dann sind sie heute Abend Die Räume, die auch die Räume, die von hier aufgenommen Alles das war ganz gut Jetzt! Die Treffer zählt! Marius Hempers bringt die Führung mit 2 zu 1 in Führung! Ja, man muss das Tor noch schützen wollen! Da guckt euch mal sehr Gewinner! Wenn es kein Gewinner gibt, dann aber das Tor Deutschland! Ich habe hier das einfach, das war ein einziges Tor! Das Tor Deutschland mit der Hand im Pokal! Und da ist es! Zyponowski! Aus dem Recht von Zyponowski! Der hier am Villan-Tor 2004 ein wunderschönes Elfmeter, 2006 war. Einen wunderschönen Elfmeter für Lennart Reden verschossen. Fabian Bohnen, den Weltgegebogen Nationalspieler aber für... Jürgen Lennart, auch von Nizum Gaukino. Ein Tor mit einer Technik, die Herr Ronaldo beigetrafft hat. Ein Tag mit dem Zoll, wie der Gustav ist. Ein Tag mit dem Zoll, wie der Gustav ist. Und in der Bezeichnung, die Herr Ronaldo beigetrafft. Alles für eine Schreis. Erzeuger dagegen unglaublich. Jürgen Woll, Jürgen Woll. Jürgen Woll auf, Jan Puls. Team Deutschland geht jetzt hier zurzeit, die Führung. Und wo sind die HSV-Einlänger, die die psychischen Geräusche machen, mit hier und gut auf alles? Wie machen wir? Wie machen wir? Das ist die große Herausforderung! Das ist die große Herausforderung! Das ist die große Herausforderung!